Am Fuße des steirischen Gebirgs, dem Hochschwab, liegt der heilklimatische Luftkorpsort Aflens. Ein Blick von der Bürgeralm lässt erahnen, dass du hier finden wirst, was du suchst. Die steirische Ursprünglichkeit lässt grüßen. Lass dich verführen von der Herrlichkeit der Natur. Die bezaubernde Landschaft bringt Körper und Geist in Einklang, verhilft zur Ruhe und Gelassenheit Entspannung und Erholung. Unsere traumhafte Bürgeralm, der Schnee auch ein beliebtes Ziel für Wintersportler, ist ein Garant dafür. Ob du die Berge mit dem Mountainbike oder über die Felswand erklimmst, mit der Familie die Natur auf unseren unzähligen Wander- und Spazierwegen genießt, Es gibt immer eine Belohnung. Die märchenhafte Aussicht für Genusswanderer und Bergsteiger gleichermaßen. Eine geführte Heilkräuterwanderung ist ein interessanter Ausflug in die Welt der Arzneipflanzen und Heilkräuter, welche auch bei unseren Kleinen für großes Interesse sorgen. Du kannst deinen Kreislauf beim Wassertreten in Schwung bringen, dich in die Kräuterküche entführen lassen, um deine heilenden Salben selbst zu rühren, bei unseren Vollmond- und Atemwanderungen mitmachen. Kur Natur pur. Gesundheit wird bei uns groß geschrieben. Ein einzigartiger Naturraum mit seiner spezifischen Ausstattung bildet die Basis für die hervorragende Qualität des Trinkwassers, welches auch durch überdimensionale Leitungen nach Wien und Graz transportiert wird. Auch Freunde kulinarischer Genüsse kommen bei uns auf ihre Rechnung und werden mit süßen Köstlichkeiten verwöhnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Großzügig ausgestattete Zimmer mit Naturrohstoff Holz laden zum Sich-Wohlfühlen ein und tragen viel zur typisch teirischen Gastlichkeit und Gemütlichkeit bei. Wer sich für einen Urlaub am Bauernhof entscheidet, kann sich von der hervorragenden Qualität der Produkte der Genussregion Huchschwabwild überzeugen. Da, wo steirische Ursprünglichkeit einen Namen hat, da, wo der Himmel die Erde umarmt, da, wo gespielt und gesungen wird und die Sonne nicht nur den neuen Tag wachküsst, da lass dich ruhig nieder und genieße deine Sommerfrische mit allen fünf Sinnen. Auflenz, nah genug, um weit weg zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020